können bestehende laufende renten einfach so gekürzt werden kann also die rentenversicherung einfach sagen ich kürze mal aus der kalten ihre altersrente mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ich habe am 24 12 2023 eine mail anfrage bekommen und zwar mit der lapidar anfrage können schon bestehende laufende renten gekürzt werden meine damen und herren eines kann ich mal vorab schon sagen die gesetzliche rentenversicherung kann eine laufende rentenzahlung nicht einfach mal so kürzen also so nach dem motto wir kürzen jetzt einfach mal hier individuell ihren rentenanspruch das geht so nicht die rentenversicherung muss sich dabei an gesetzliche spielregeln halten und ohne grund darf eine rentenversicherung schon sowieso nicht eine rente kürzen also es ist natürlich ganz ganz schwierig eine antwort zu finden mit einem pauschalen ja oder nein das geht auch so nicht aber die kürzung der rente wegen zum beispiel der prekären haushaltslage durch die rentenversicherung ist per se per gesetz nicht möglich das heißt also der bundeskanzler kann nicht kraft seiner kanzlereigenschaft per order mufti der rentenversicherung eine anweisung geben jetzt kürzt doch mal die gesetzlichen renten um 30 prozent für 20 millionen rentner das ist rechtlich überhaupt nicht zulässig und zwar deshalb nicht weil der bundeskanzler keine rechtliche befugnis hat eine solche anweisung der rentenversicherung zu geben dazu fehlt es an einer entsprechenden gesetzlichen grundlage das würde übrigens olaf scholz sich niemals wagen denn ein tag später wäre er sein job als kanzler los das ist meine individuelle mutmaßung aber selbstverständlich darf die rentenversicherung einen individuellen renten anspruch eine individuelle rente immer kürzen wenn die entsprechenden kürzungsvoraussetzungen vorliegen meine damen und herren und das ist relativ klar und eindeutig und bevor ich jetzt mal in zwei solche beispiele reingehe möchte ich ihnen einfach noch mal sechs kürzungsbeispiele nennen die möglich sind es gibt wahrscheinlich noch mehr aber das sollte mal reichen und zwar kann es gründe für eine kürzung geben überzahlung einer monatsrente wegen fehlerhafter angaben des versichert punkt 1 zweitens überzahlung einer rente wegen falsch berechnung der rentenversicherung also da hat die rentenversicherung die rente falsch berechnet kürzung der altersrente wegen anrechnung einer gesetzlichen unfallrente oft vergessen paragraf 93 sgb 6 kürzung der witwenrente oder witwerrente wegen anrechnung eines einkommens was man neben der witwen oder witwerrente hat ja das ist der vierte fall dann kürzung der rente wegen erwerbsminderung wegen anrechnung hinzuverdienst auch ein kürzungsgrund kürzung der rente wegen aufrechnung einer eigenen forderung der rentenversicherung gegen den rentenanspruch oder aber forderungen von dritten gegen den rentenanspruch meine damen und herren aber die rentenversicherung darf in den von mir genannten fällen nicht einfach wahllos kürzen sondern muss sich selbstverständlich an entsprechende ich habe es oben schon genannt oder eingangs genannt spielregeln halten nehmen wir zum beispiel an der versicherte hat falsche angaben beim rentenantrag gemacht und es ergibt sich hieraus eine für ihn zu unrecht höhere rente ja dann kann die rentenversicherung die überzahlte rente oder muss sogar die überzahlte rente zurückfordern ob sie sie bekommt ist noch eine ganz andere frage die rückforderung der rente erfolgt aber grundsätzlich nach den regelungen des sgb 10 und damit nach rechtsstaatlichen regelungen und nicht einfach mal so aus der kalten heraus oder weil irgendein mitarbeiter der rentenversicherung meint er könne jetzt einen kürzungsbefehl oder einfach sagen ich stelle jetzt die rente zu 30 prozent ein oder kürze sie das geht nicht die rentenversicherung muss in solchen fällen wo der betroffene falsche angaben gemacht hat unter anderem ein anhörungsverfahren einleiten das heißt also der versicherte muss in den stand gesetzt werden dass er weiß warum seine rente für die zukunft gekürzt werden soll oder auch geld zurück verlangt wird und dann muss die gesetzliche rentenversicherung einen änderungs und rückforderungsbescheid erlassen ohne diesen geht ja gar nichts in deutschland ja das heißt also selbst das anhörungsschreiben ist kein rückforderungsbescheid und kein änderungsbescheid oder kein rücknahmebescheid und deshalb muss es eines zwingend eines überprüfbaren bescheides geben und sie haben natürlich die möglichkeit und können gegen einen solchen bescheid immer wieder einlegen das würde ich in geeigneten fällen an ihrer stelle dann auch tun damit sie hier sich ihre rechte wahren so meine damen und herren und was auch ganz wichtig ist in diesen fällen die deutsche rentenversicherung muss zwingend ausschlussfristen nach dem § 45 und § 48 sgb 10 beachten also sie sehen es ist nicht wirklich ganz so einfach dann der nächste fall für den die rentenversicherung hat jetzt selbst die rente falsch berechnet und da sieht die sache ein bisschen anders aus ja auch hier gilt dass die regel dass der versicherte angehört werden muss das ist ganz klar aber der rückforderung überzahlter renten in diesem bereich sind doch sehr sehr enge grenzen gesetzt dabei gilt oft eine jahresfrist nach dessen ablauf die rentenversicherung dann in diesen fällen meistens nicht zurückfordern kann ich kenne es aus der praxis die rentenversicherung versucht gerne den betroffenen dann den schwarzen peter in die schule zu schieben also die schuld in die schule zu schieben mit der behauptung dass der betroffene doch selbst hätte prüfen können und erkennen können dass die renten berechnung hier falsch ist aber keine sorge die meisten sozialgerichte also wo wir zum beispiel solche fälle vertreten haben kommen dazu noch völlig anderen auffassung und sagen leute die berechnung einer gesetzlichen rente ist ein buch mit sieben siegeln wir selbst verstehen sie oft nicht deshalb können wir auch dem betroffenen rentner oder rentnerin die jetzt hier geld zurückzahlen soll auch eine solche verpflichtung der prüfung der eigenen rente diese nachzurechnen überhaupt nicht auferlegen also das ist oftmals gerne noch so ein ding was die rentenversicherung hier einen einschenken möchte ja aber was kann die rentenversicherung bei diesen fehlerhaften renten berechnungen machen sie kann die rente aussparen also nehmen wir an die rente ist wegen dieser falsch berechnung 50 euro zu hoch dann kann die rentenversicherung sagen okay wir dürfen sie dir nicht kürzen aber seine er zu hohe anteil an der rente wird an der nächsten rentenerhöhung oder an den nächsten zwei rentenerhöhungen bis der betrag 50 euro abgeschmolzen ist nicht teilnehmen das ist eine solche möglichkeit wie man dann sich über die hintertür quasi wieder die erhöhte rente einholen kann diese sogenannten aussparungsbescheide kennen wir hier auch in der kanzlei ist nichts unübliches ist leider rechtlich aber tatsächlich so dass das machbar ist also sie sehen anhand des videos das ist wirklich nur so ein grober überblick wie komplex und wie schwierig die rechtslage ist wir müssen sich bitte auch vorstellen wenn sie jetzt eine altersrente haben und es kommt zu einer anrechnung der gesetzlichen unfallrente auch schon alleine dieses kleine rechtsgebiet des paragraph 93 ist in sich extrem komplex und würde hier einfach den rahmen dessen sprengen was ich ihnen in diesem video erklären wollte näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine super rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel